Und damit wieder herzlich willkommen zu den Weekly News für Lost Ark in dieser Woche. Letzte Woche gab es ja kein Video von mir, da in dem Update von letzter Woche nur ein Fix drin war und auch diese Woche sieht es leider nicht sehr viel besser aus. Die Server werden ab 9 Uhr morgens für wahrscheinlich 4 Stunden offline genommen. Was können wir also heute erwarten? Genau zwei Sachen. Zum einen werden 5 zusätzliche Login-Belohnungen hinzugefügt, aber diesmal mit einer kleinen Besonderheit, denn zusätzlich zu den neuen Login-Belohnungen könnt ihr euch auch die alten Belohnungen trotzdem weiterhin abholen. Meistens wurden diese ja entfernt, sobald neue Belohnungen hinzugefügt wurden. Somit wird den Spielern, die Probleme mit Verzögerungen hatten, mehr Zeit gegeben, ihre Goodies einzusammeln. Und die zweite Änderung heute betrifft das Wildflügel-Event, denn das wird um eine ganze Woche nach hinten verlängert, ebenso wie das Datum, was die dazugehörigen Belohnungen ungültig gemacht hätte. Somit könnt ihr euch auch alle Belohnungen rechtzeitig sichern. Bereits im Video von gestern, dem 15.06. hatte ich euch ja von der neu angelegten Bannwelle berichtet. Auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und das waren dann auch schon die Änderungen, die heute zu uns kommen. Recht überschaubar und wenig Neues, aber so ist es leider, ihr Lieben. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und sage erstmal wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao, ciao.